hallo zusammen herzlich willkommen zurück seven days to die alpha 21 b 324 wir haben direkt eine quest gegenüber und da starten auch direkt mit warum jetzt aus moped gar nicht auspacken es kommen langsam die ersten modpacks raus für seven days to die ich will mal ganz kurz gucken ob ich in das auto ran kann kann ich nicht habe ich jetzt gerade gesehen immer sehr gespannt ob wir vielleicht dann zukünftiges let's play in ein anderes modpack verlagern beziehungsweise halt vanilla lassen könnt ihr mal in die kommentar schreiben ob euch das interessieren würde irgendwie ein neueres modpack auszuprobieren so wie geht es hier rein dort oben in die tür wir gucken ob die tür offen ist wenn ich geht es wahrscheinlich außenrum hier ist offen und wir brauchen unbedingt antibiotika ein kochrezept zwei kochrezepte und die erbsen haben uns direkt rein ein bisschen wasser das hier noch nichts wach geworden ist wundert mich aber was müssen wir machen clear the area ein altes gammelsandwich hatte jemand sein pausenbrot vergessen ok hier geht es wieder raus alter diese dinger diese bodenplatten hallo sind sie alleine hier ne das noch einer uiuiui der knüppel zerrt aber rein geht doch ist hier noch was über uns ich glaube dass im nächsten stock ist noch was was haben die denn für säcke was denn hier drin können wir das gebrauchen potasium nehme ich sehr schön das ist ja super was war das hier eine alte schießpulverfabrik na geht auch an da ich will immer die boxen luten was ist hier drin in dem unteren kabel da ist auch noch potasium sehr schön das nehmen wir immer gerne 48 noch zwei punkte bis zur chemie werkbank das wird gut dann wird auch das schießpulver ein bisschen günstiger herzustellen da einer da liegt einer na in die fußsohle oder ihre achillesferse wahrscheinlich eher was ist mit dem bogen los ach das doch ekelhaft darauf alte sägewerk das dem pro gibt es auch schon naja auch schon länger hallo ist ja perfekt dieser sport hier da haben wir direkt neue zutaten für munition sehr schön sehr sehr schön ich glaube hier war es das soweit erstmal oben sportsback krieg jetzt hier auf den deckel wenn ich hier oben reingehe hallo ok mach hätte hier kommen wir eh nicht hoch müssen die treppe hoch gehen aha ok und wo auf den knorringen hintern so dann die electronic parts ja der turrets irgendwo sinnlos aber gehört halt dazu sinnlos in form weil ich so spiele natürlich nicht grundlegend sinnlos hallo ok bisschen laut wie das nest zerplatzt war hier oben ist noch was drin sein oh hi nicht runter na 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 sag mal habe ich ihn überhaupt getroffen vielleicht kommt er hier vorbei er müsste ja eigentlich hier vorbeikommen oder der prügelt unten die ganze da oh na gut das bier ist jetzt nicht so ein dreier knüppel klar für lau nehmen wir doch gerne mit ah pipe pistol ah dann die nächste stufe ok nice so noch was übersehen ist hier oben noch was drauf ne so aber wir sind noch nicht fertig ne der will ja noch dass wir uns um den zombie kümmern und der himmel weint schon wieder ist ja wohl klar ähm warte mal ganz kurz modify weighted head oder brennend wir könnten eigentlich die stabilität rauslassen und den hier rein machen das müsste auf jeden fall mehr schaden geben oder ne ne auch 38 4 ist egal ok so den reparieren wir einmal die scrappen oh herbal antibiotics das ist ja nice guti dann let's go ist der echt jetzt unter uns und kloppt hier rum ah da will er rein hallo da ist noch einer gut dass der uns den weg gezeigt hat da ist noch jemand dahinter oder ne ist ein fuß oh das war's ähm hm 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 oh nehmen wir doch mit so ein kleiner tresor so ein problem und pfff ok hat's ja gelohnt so der ist hier hochgekommen na gut dann gehen wir mal rüber zum händler ups haben wir auch platz im inventar ja geht wir gucken bei ihm jetzt auch mal direkt nach antibiotika weil das ist hier so oft wie ich hier schon verseucht wurde es hat auch immer in den kommentaren geschrieben dass das mit der alpha 21 hart geändert worden ist wie oft du hier im beinbruch hast blutungen und so weiter und das merke ich ja auf jeden fall deutlich so mein freund ach munition habe ich oh vier herbal antibiotics das nehme ich doch gerne ähm pass auf ich verkaufe dir mal dinge das verkaufe ich dir das verkaufe ich dir wer mir jeweils eine machete verwenden ich weiß nicht ich hebe sie mal auf und die dollar kriegst du das ist gut so hast du anti hast du nicht ähm was hast du überhaupt an medizin wow ein blood bag ähm munition high power ne ich finde das lohnt sich nicht ok dann hätte ich von dir gerne einen neuen job und zwar möglichst na boah sind die alle weit weg ja vielen dank so jetzt sollte ich mir was angucken da hat der halbe chat geschrien und zwar soll man hier unten rein können in den raum von joe joel seine privat gemächer sozusagen er mag wohl vögel er mag wohl vögel da hat gut gefüllte küche würde ich mal sagen und er steht auf hi na nee brauchen schon nicht 2013 hä 2013 war die apokalypse nicht viel früher oder gute frage so haben wir noch was übersehen wo ein fernseher beim kamin der feine her ähm ja hier würde man in seinen verkaufsraum kommen aber ihr könnt euch vorstellen die klappe ist dicht da würden wir jetzt hinter da sind deine füße da hinten so wieder ein geheimnis aufgedeckt bevor sich die kommentare überschlagen ist halt immer schwierig auf die kommentare einzugehen wenn man halt im voraus aufnimmt aber diesmal habe ich wenigstens dran gedacht also wir sehen ja dass die ganzen stufe 2 alle irgendwie kilometerweise entfernt sind das bedeutet dass wir wahrscheinlich demnächst längere Ausflüge machen müssen und die werden wahrscheinlich da hinten im Schneegebiet liegen könnte ich mir vorstellen wir sind ja schon mal vorbeigefahren und haben gesehen dass da ich glaube auf dem rückweg war das dass da irgendwie die Sachen lagen so jetzt werde ich auch was machen das kam auch in den kommentaren nur dass ihr denkt ich lese eure kommentare nicht also ich lese alle kommentare aber ich würde vielleicht nicht drauf eingehen so machen wir jetzt einfach so oh ah doch geht sind noch zwei oder eins zwei ja passt so der direkte Weg rein anstatt durch die Hütte zu laufen oh was haben wir denn hier die Supercharger Mod oh das ist gut mit dem Moped schnell unterwegs sein das ist auf jeden Fall eine Nummer oh die Schuhe hätte ich alle verkaufen können ich habe jetzt hier wild durchgelootet aber da machen wir folgendes wir packen das einfach hier rein da habe ich auch noch 20.000 von den Dingern und dann verkaufen wir das später da sind auch noch Fallen Antibiotika das ist das ist richtig das ist super so ähm Breast haben wir bekommen das werden wir jetzt auch einschmelzen ok ähm Eisen schmeißen kommt hier rein und der Rest kommt hier rein Mops hier unten so Machete Teile haben wir auch schon jede Menge das ist gut wir haben hier ein bisschen Nitrat bekommen aber ich würde das Zeug jetzt mal aufheben dass wir vielleicht ähm eher dann mit dem Chemietisch dann die Munition machen dass ich das jetzt nicht hier verschwende äh dich nehmen wir mit euch nehmen wir mit die Dux nehmen wir mit das kommt hier rein Verbandskasten brauchen wir nicht und das kann hier rein sehr schön so was essen was trinken und hier habe ich noch Tee angesetzt bevor ich los bin sehr gut ähm Schießpulver machen wir später das kommt hier rein ich würde sagen wir teilen das jetzt mal so auf und hauen hier auch noch ein bisschen Clay rein denn wir brauchen nur noch was zum rausschmelzen ne machen wir so guti ähm irgendwas reparieren nö würde ich nicht sagen oder Moped ist am Start ok cool dann weiter questen oh bin ich gerade ich bin doch daneben gesprungen gerade brauche ich gar keine Strohballen auf die Höhe sieht fast so aus wo geht denn der Weg hier offiziell weiter wir fahren wir da vorne rechts aber ich glaube da geht es auch nicht wesentlich weiter darüber ja ist nämlich Sackgasse nicht bumm machen nicht bumm machen oh nein ist voll der Schrottplatz oder wo wir sind 104 Meter was hä wo soll denn das sein hier ist irgend so ein Umspannwerk Oh Hundehütte ist nicht gut aha Hallöchen sag mal ich loote nicht doppelt aber mal kurz reinschnuppern muss erlaubt sein ist da oben was nein ok du 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 clear the area ich glaube hier hoch oh airdrop ich glaube den markieren wir uns mal oder ich weiß nur nicht aber eigentlich müsste er die ganze Zeit dort bleiben ist hier irgendwo ein Adler? Ne müssen wir mal machen ok ok oh so ein auf den kurzen Raum hier sich mit dem anzulegen ist keine gute Idee ok hier noch so einer vorbei? hast du mich erschreckt? ach ach du Güte ach du Güte ach Gott den hat es ja völlig zerrissen hier runter ne erstmal hier rüber würde ich sagen oder? ach ach oh oh hi ein Zombie Puzzle ja oh Pflanzen unsere Schlaf Oase aber ich habe nicht welche übersehen aber ich habe nicht welche übersehen ja da liegen sie in Trotter zur Weisamkeit noch ein Sandwich das ist ja super was hier für Belohnungen gibt oh mhm da mag man doch mal in der Badewanne wühlen oder? mhm yummy oh Honig ist ja ein Träumchen oh warte mal ein Vierer Helm was haben wir auf? ein Vierer ok hat der irgendwie nö gleich ok was haben wir hier? schwere Rüstung wir haben ja auf schwere Rüstung Skilled also macht es ja eigentlich fast keinen Unterschied ne? Mobility minus 6 und das Ding hat minus 6 minus 6 wobei das Ding weniger haltbar ist gut 2,45 und der ist fast abgenutzt und hat noch 300 also maximal hm oh nein ich habe die Repair Kids aussortiert ok müssen wir zuhause dann durchtauschen alles klar ähm mhm mhm hat der mir eine gedachtelt? nein ist jemand? offen? nein hier geht es auf jeden Fall raus ich sehe schon mal Blaubeeren es gibt einen Blaubeerkuchen und ein paar Stiefel gut die können wir verkaufen ja so jetzt geht es hier bestimmt den magst du eigentlich nicht runter gehen ne? sprintet hier jemand? ne ups das war's das war's schon okay ach genau noch eine Sache die fällt mir jetzt gerade ein die auch in den Kommentaren kam und zwar wurde mit der Alpha 21 geändert dass wir diesen ich glaube im Deutschen heißt es Arzt oder sowas in der Art können wir hier Punkte drauf geben um das freizuschalten ähm brauchen wir Level 3 in Intellect deswegen geben wir jetzt hier mal einen Punkt drauf und geben jetzt hier einen Punkt drauf und somit haben wir die Möglichkeit äh da unten der letzte Satz splints and scars cure sprains instantly ähm wir haben ja die verstauchten Beine oder Arme und wir mit einem Splint können wir das praktisch damit heilen also es war ja die ganze Zeit nicht möglich deswegen habe ich es auch nicht gemacht und dann kam in den Kommentaren ey skill doch das dann hast du die Möglichkeit ähm damit verstauchte Arme oder Beine zu heilen ganz unabhängig davon dass man sich ähm Steroide reinfahren kann hier läuft jemand nix von mir draußen wahrscheinlich äh um noch weiter laufen zu können ist hier hinter was? äh was war das? auf jeden Fall hat das Trappeln aufgehört wir haben immer noch Clear the Area ah da geht es in den Keller oh wow was denn das hier? das Kneipebecken oder wie? äh wo? aha man hört die Schläge gar nicht wenn ich so am Wasser rumschlage ne? interessant oh ich bin runtergefallen ähm wie hat das Spiel vorgesehen wie man hier wieder rauskommen soll ähm oh da ist ein Dicker oh haut er mir auf die Socken oh 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 ist hier noch jemand? ne oh ein 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 Blasebalk nice lass uns hier mal durch lernen ähm das das lernen wir noch mal ne Mod okay nice richtig gut und hier ist ein Geier am Start aber wir sind hier fertig ne? da sind wir rein geplumpst wir sind halt ein bisschen oh oh das ist ein Cop ne das war kein Cop wo ist der Geier? da ist der Geier da ist der Geier dreht doch mal auf ne okay okay nice cool ähm hab ich mal ein Moped auf der ach die hab ich hinten im Hof geparkt oh Schlange Schlänge und ein Hüpfer komm hüpf au nicht dass sie mir noch die Beine bricht ähm haben wir irgendwas zum lernen oder irgendwas naja egal wir sortieren erstmal zu Hause aus ich würd sagen wir sehen uns gleich wieder beim Händler zur Abgabe wenn ich hier ein bisschen umsortiert habe und dann holen wir uns auf jeden Fall auch den Airdrop ähm schwierig vielleicht explodier ich auch auf dem Weg zum Händler alles möglich bis gleich guten Tag du möchtest? Gratitude Freund Iron Chess armor können wir auch direkt austauschen oder? weil der Rest sehr gut hast du Jobs für mich ja jetzt müssen wir weit fahren hmmm Willy's Cabin klingt irgendwie sympathisch oder? oder Dick's Diner kriegen wir vielleicht was zu essen Das hat mich auch sehr gefreut. Pass mal auf, wir machen jetzt mal folgendes. Ich krieg hier, du kriegst meine alten abgekrabbelten Sachen. Und du kriegst dafür meine verschwitzte Rüstung. Ja. Dankeschön, dir auch einen schönen Tag. So, dann fahren wir da nochmal hin. Wir haben jetzt für die erste Quest so lange gebraucht. Jetzt ist nur die Frage, geht es da hinten irgendwie rum? Ging die Straße hier links ab? Nee, gell? Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, wenn wir mit dem durchfahren. Und hier scheint es auch nicht rauszugehen. Ah, hier geht eine Straße parallel. Hier muss eine Straße lang gehen. Also ist es doch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier so querfeld einfahren. Da geht es aber einen Berg hoch. Okay. Augen zu und durch. Alter. Alter. Habe ich gerade nicht hingeguckt. Und ein Bär. Hi. Boah. Mob wird noch ganz einigermaßen. Ja. Ja, da ist eine Straße. Boah, habe ich gerade nicht so schlecht bekommen. Wir haben gerade 25 Minuten gebraucht für die erste, ähm, für ein so ein Point. Das ist lang. Ich habe gar nicht völlig die Zeit außer Acht gelassen. Wir sind sozusagen schon am Ende einer Folge. Also, klar. Ja, schrei mal rum. Gut, ähm, kurzer Cut. Wir sehen uns gleich am Poi wieder. So, 500 Meter davor ist in der wildste Zufall und wir sind hier an einem Airdrop vorbeigekommen, den wir noch nicht gelootet haben. Oh, ich drücke drauf und... Ka-ching! Chemie-Station. Richtig nice. Was ein guter Airdrop. Ja, ich bin hier durch die Wüste gefahren. Ich habe gerade mal auf die Karte geguckt. Hier oben fängt die Wüste an. Also hier. Kommst du runter? Willst du mir wehtun? Okay, dann machen wir noch die Rezepte auf. Okay, dann zweimal Waffen. Pistol-Quality 1. Jetzt können wir zumindest die schon mal herstellen. Dann haben wir das noch aufzumachen. Wow. Wow, das ist mal ein Airdrop. Leather and Iron-Quality 2. Wow. Okay, die sind leider... Aber die können wir gut verkaufen. Die können wir sehr gut verkaufen. Das ist... Du kriegst ein komplettes Set. Ein komplettes Set an richtig hochwertiger Rüstung. Durch einen Airdrop. Das ist... Gut. Richtig gut. Und hier geht es noch in eine komplette Stadt. Oh, da gibt es ein Checkpoint. Das ist ein richtig guter Poi, wurde mir gesagt. Das machen wir in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.